Hey Freunde, schön, dass ihr wieder einschaltet. Ich darf endlich mal wieder einen neuen Anstrich kreieren und ich dachte mir, jetzt mache ich endlich mal die Kamera dabei an und nehme euch mit, sodass ihr hinterher auch in der Lage seid, eigene Anstriche zu erstellen und eurer Kreativität freien Lauf zu lassen. Wir machen heute einen Anstrich für die FA18C Hornet. Das soll euch aber nicht davon abhalten, einen Anstrich für ein anderes Muster zu machen, denn das wird im Prinzip nichts mit der Hornet zu tun haben heute. Wir werden nur die Vorlage für die Hornet nutzen. Ihr braucht heute ein Grafikbearbeitungsprogramm. Das kann entweder Photoshop sein oder zum Beispiel die kostenfreie Alternative GIMP. Mit der soll das wohl auch gehen. Ich persönlich benutze Photoshop. Und ihr braucht noch ein ZIP-Programm, aber viel mehr auch eigentlich nicht. Natürlich könnten wir auf so einem richtig weißen Blatt anfangen, die komplette Textur für ein ganzes Flugzeug von Grund auf aufzubauen. Das dauert aber echt lange und das ist echt gar nicht einfach, wenn ihr sowas schon mal versucht habt. Nein, wir nehmen eine Texturvorlage. Die meisten Texturvorlagen finden sich auf der Homepage von DCS. Ich habe schon mal die für die F18 aufgemacht. Die sind unter Downloads Texture Templates. Und warum ist meine Webseite eigentlich auf Englisch? Die sind auch auf der deutschen Seite unter Downloads. Hier jetzt Texturvorlagen. Dann können wir uns ja einmal kurz durchscrollen. Hier gibt es für die allermeisten Muster Texturvorlagen. Zumeist Muster von ED, wobei hier auch durchaus das eine oder andere Third-Party-Muster dabei ist. Das ist MIG-15 zum Beispiel. Die MIG-15 war nicht von ED, oder? Ich glaube, die war nicht von ED und irgendwo kommt hier auch noch genau. CR-101 kommt hier auch noch. Aber zum Beispiel die F14. Die ist hier zum Beispiel nicht drin. Da müsst ihr nachgoogeln. Das hat Heatblur irgendwo bei sich auf der Homepage gepostet. Third-Partys, den ist es halt selbst überlassen, wo sie das irgendwie bereitstellen. Heatblur möchte das halt bei sich haben. Nur so als Beispiel. Hier gibt es, und jetzt wird es für die Hornet ganz kurz verwirrend, hier gibt es eine Texturvorlage Modell FA18C. Und dann auf der, war es auf der ersten Seite, genau, FA18C Lot 20. Ihr möchtet, wenn ihr das für die Hornet macht, auf jeden Fall die Texturvorlage Lot 20 runterladen. Denn die andere, ohne das Lot 20, ist für die KI-F18, für die etwas älteren F18-Modelle. Das hier wollt ihr also definitiv nicht, zumal das auch ein bisschen größer ist mit 500 MB. Nein, wir nehmen das mit 200 MB. Also einmal auf Download drücken, einmal warten, bis das heruntergeladen ist. Und sobald das fertig ist, könnt ihr das im Prinzip auch schon direkt mit einem ZIP-Programm eurer Wahl öffnen. Da drin sind dann drei, naja, im Falle der F18, drei.psd-Dateien. PSD-Dateien sind Photoshop-Dateien. Die könnt ihr aber auch mit GIMP öffnen. Also ihr braucht nicht zwingend Photoshop, wobei ich persönlich mit GIMP einfach noch nie klargekommen bin. Ich nutze Photoshop schon sehr, sehr, sehr lange. Aber wie auch immer, nutzt ein Grafikbearbeitungsprogramm eurer Wahl. Und wenn es irgendwas gibt, wofür ihr keine Texturvorlage findet, ja, dann bedienen wir uns halt einfach an DCS selbst. Denn jede Textur, die in DCS dargestellt wird, die ist prinzipiell erst mal auf eurem Rechner vorhanden. Man muss sie nur finden. Wir sind im Installationsverzeichnis, hier im speziellen Fall für die Open Beta, aber das ist eigentlich relativ irrelevant. Und hier im Ordner Core-Mods, Aircraft, FA-18C, Liveries, da wollen wir aber eigentlich gar nicht hin. Hier sind alle Anstriche für die Hornet, aber das sind ja die, die von Haus aus mitgelieferten Anstriche. Und hier liegen teilweise Texturen drin, die die Default-Texturen unterschreiben. Eigentlich die richtigen Texturen liegen hier unter Textures in einer ZIP-Datei. Und hier finden wir alle Texturen für die F18. Das sind wesentlich mehr, als wir zum Beispiel gerade in den Texturvorlagen haben. Hier finden wir nämlich zum Beispiel Vorlagen für den Piloten und auch, relativ wichtig, für den Pilotenhelm, wenn man zum Beispiel seinen Helm anstreichen möchte. Dafür gab es keine Photoshop-Vorlage, aber ich kann mir diese .dds-Datei nehmen. Eine .dds-Datei ist im Prinzip eine Texturdatei. Die kann ich mir nehmen, kann die einfach mal hier extrahieren. Wir sehen schon, hier kommt irgendwas raus. Und mit einem kleinen Hilfsprogramm, das Programm heißt DXT-BMP, kann ich mir diese Textur dann auch mal in Größe angucken. Dieses Programm nutze ich, um Texturen umzuwandeln zwischen DDS-Format und irgendwas, was Photoshop lesen kann. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Und wir sehen die Textur. Die könnte ich jetzt wieder speichern, zum Beispiel als BMP oder so. Und dann könnte ich sie mit Photoshop bearbeiten. Ich verliere halt nur den Vorteil der Texturvorlagen im Photoshop-Format. Nämlich sowas wie schon organisierte Ebenen oder so einen Krams. So kommt ihr also auch an Texturen, die nicht in der Vorlage vorhanden sind. Das lösche ich hier wieder. Und wir möchten uns jetzt eigentlich erstmal ein bisschen organisieren. Ich unterteile das Erstellen einer Livery immer in, ja, so zwei Teile. Einmal so die Grobarbeit, diese Livery überhaupt zu erstellen. Und dann nochmal so eine Detailarbeit unter Umständen schon in richtigen Formaten und sowas. Das heißt, ich möchte mir eigentlich erstmal einen Arbeitsbereich aufbauen. Ein Bereich, in dem ich schnell eine Änderung speichern kann und auch diese Änderung schnell in Engine sehen kann. Ich möchte nämlich eigentlich nicht die Datei immer wieder in dem Speicherdialog in irgendeinen Ordner ganz weit wegschieben und immer wieder dahin navigieren müssen. Und da muss ich jedes Mal die CS wieder starten und dann wieder beenden, wenn ich wieder eine Änderung mache und so weiter. Das dauert ewig. Deshalb setze ich mir einen kleinen Arbeitsbereich auf. Und zwar hier in dem Liverys-Verzeichnis. Hier liegen alle registrierten Anstriche für die Horne drin. Und ich mache mir hier einfach einen neuen Ordner hin. Den nenne ich jetzt mal einfach so, wie der Skin heißen wird. Ich werde uns nämlich einen Colorbird für unsere F18 im Geschwader aufbauen. Und im Prinzip war es das. Ja, was heißt im Prinzip war es das? In diesen Ordner werde ich jetzt alles schieben, was mit dem Skin zu tun hat. Und das fängt hier nämlich schon an mit dem Texture-Template. Und das ziehe ich mir jetzt einfach hier rein. Jetzt habe ich die Photoshop-Dateien darin rumliegen und kann anfangen, in den Photoshop-Dateien zu arbeiten. Und ich glaube, das machen wir jetzt auch mal als erstes, bevor wir uns den Skin das erste Mal in Engine angucken. Aber Vorsicht! Solange ihr im Installationsverzeichnis in Anführungsstrichen auf diese Art und Weise arbeitet, dürft ihr kein Update machen und auch nicht die Reparieren-Funktion von DCS ausführen. Denn beides stellt, naja, den Ursprungszustand von DCS wieder her und würde eure Photoshop-Dateien und Texturen und sowas einfach gnadenlos rauslöschen. Mit etwas Glück, falls das doch mal aus Versehen passiert, habt ihr im Installationsverzeichnis da einen Ordner mit Namen-Backup, in dem, wie gesagt, mit etwas Glück diese Dateien noch wieder rumliegen und ihr sie so wieder herstellen könnt. Aber merkt euch einfach, solange ihr auf diese Art und Weise eine Textur erstellt, bitte kein Update und kein Repair machen. Alle drei Dateien einmal in Photoshop geöffnet und die erste Schwierigkeit, die sich ergibt, ist so ein bisschen, was zur Hölle sehen wir hier eigentlich? Wir sehen hier im Prinzip ein platt gemachtes 3D-Modell. Stellt euch das so ein bisschen vor wie eine dreidimensionale Box, so ein Standard-Quader sozusagen, das ist euer 3D-Modell. Und ihr klappt jede Seite von der Box nach oben auf, wie so ein aufgeklappter Würfel. Das ist im Prinzip eure Textur. Was die Engine macht, was so ziemlich jede Grafik-Engine macht, also die weiß, von der Textur geht dieser Pixel genau auf, in Anführungsstrichen, diese Stelle auf dem 3D-Modell. Also die Grafik-Engine ordnet die Pixel dem 3D-Modell zu. Das heißt, ihr könnt hier nicht einfach irgendwo draufmalen, was ihr wollt, sondern jeder Pixel in dieser Textur hat eine ganz bestimmte Position auf dem 3D-Modell. Das heißt, wir müssen hier erstmal rausfinden, welcher Teil hier überhaupt was ist. Bei manchen Teilen ist es verhältnismäßig einfach. Wir erkennen zum Beispiel hier oben die Leading Edge Extensions, die Delex der F-18, diese schwarze Step Zone. Wir sehen zum Beispiel hier die US Navy in Siegner, also die US Armed Forces in Siegner eher. Und das heißt, der Teil hier wird mit großer Wahrscheinlichkeit der Rücken der F-18 sein. Wir sehen hier zum Beispiel das Navy, das hat die Hornet immer hinten. Das hier werden die Triebwerkeinlässe sein, das sind die berühmten Danger-Dreiecke. Und so hangelt man sich so ein bisschen durch die Textur. Bei der anderen Texturdatei sieht es ähnlich aus. Hier erkennt man schon die Steps hinten. Das hier werden mit großer Wahrscheinlichkeit die Flügel sein. Das ist nur die Frage, was oben ist, was unten ist. Ich glaube, hell ist oben, dunkel ist unten. Das hier werden unsere Leitwerke hinten sein, zumindest von der Form nach. Und ja, das ist alles nicht ganz einfach. Hier oben erkennt man noch einfachen Reifen. Aber spätestens bei so Kleinzeug hier unten, ich habe keine Ahnung, wo das auf dem Modell hingehört. Das hier könnte sogar Injection Seat sein. Äh, fraglich. Also wenn ihr nicht wisst, was irgendwo hingehört, kann es eine gute Taktik sein, hier einfach mal so einen Regenbogenverlauf drüber zu malen. Oder bestimmte Flächen farblich zu kodieren. Oder euch in Nummern auf die bestimmten Flächen zu schreiben. Diese Textur dann einmal in Engine zu laden und zu gucken, wo die Nummern stehen. Damit ihr rausfindet, was das hier für Teile sind. Und dann gibt es noch den FPU 8A. Das ist der External Fuel Tank. Und hier ist sogar noch der Mesh Layer an. Das ist auch ganz interessant. Und ja, hier rauszufinden, was was ist. Ja, das Ding muss ich mir gleich auch erstmal wieder angucken. Ich sehe hier verschiedene Formen auf der Textur. Anhand dessen könnte man rauskriegen, was hier hinten, was vorne ist. Ich vermute links ist vorne, weil der Teil hier, das könnte diese kleine Nupsi hinten auf dem Tank sein. Dann sollte das hier die rechte Seite sein, das hier die linke Seite und hier vorne. Aber anhand dieser Formen kann man das sicherlich in Engine nochmal nachvollziehen. Ja, dann haben wir gerade schon den Mesh Layer gesehen. Das ist im Prinzip das 3D-Modell. Diese pinken Linien. Das ist natürlich eine Referenz für den Ersteller der jeweiligen Textur, beziehungsweise der Texturvorlage. Also was wir hier im Prinzip vor uns haben, ist das tägliche Arbeitswerk eines 2D-Artists, der Texturen erstellt. Und ID ist so nett, uns diese Arbeitsdateien zur Verfügung zu stellen. Und nicht nur ID, auch die Third Partys. Wie diese Dateien dann organisiert sind, das folgt dann auch wirklich absolut keinem System mehr. Denn das ist Sache des Artists. Jeder organisiert sich da irgendwie ein bisschen anders. Die Layer hier sind ja schon relativ gut benannt, beziehungsweise indem man sie toggelt, sieht man auch, was hier ein- und ausgeblendet wird. Oh, ein komplett clean Fuel Tank. Das ist spannend, ja. Und dementsprechend verhält sich das hier auch bei den ganzen anderen Dateien. Hier können wir auch das Mesh einblenden. Und ich glaube, daran erkennt man auch, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier die Unterseite vom Flügel ist. Hier sieht man zum Beispiel diesen Flügel-Knapp-Mechanismus im Mesh. Und so kann man sich vielleicht noch weitere Informationen herleiten. Ansonsten ist im Prinzip ab jetzt eurer Kreativität erstmal keine Grenze mehr gesetzt. Also pinselt an, was auch immer ihr da anpinseln wollt. Okay, ich habe jetzt hier erstmal irgendwas draufgepinselt. Fernab von Final, ne. Ich habe gerade erstmal angefangen, aber ich möchte das Ding jetzt einfach schon mal in Engine sehen, damit ich auch kleinere Änderungen direkt einfach nur per Speichern mir anzeigen lassen kann. Was mache ich dazu? Ich habe die Datei in Photoshop bearbeitet. Und wenn ich hier jetzt ganz normal Speichern unter sage, dann öffnet der nämlich direkt das Verzeichnis, wo die Photoshop-Dateien liegen. Deshalb habe ich die auch schon in das Installationsverzeichnis geschrieben. Das spart mir nämlich effektiv Arbeit. Ich möchte das Ding nämlich als BMP speichern. Das mache ich hier nicht mit Speichern unter, sondern mit Kopie speichern unter. Und zwar als BMP, als Bitmap möchte ich das erstmal speichern. Und ich nenne das genau so. Drücke auf Speichern und kann noch ein bisschen auswählen. 24 Bit auf jeden Fall. So ist das Ding eh schon aufgebaut. Daran möchte ich nichts ändern. Speichern und jetzt habe ich da eine Bitmap rumliegen. Diese .BMP-Datei liegt dann jetzt einfach in meinem Arbeitsordner schon im Liveries-Verzeichnis, im Installationsverzeichnis. Wir müssen DCS jetzt aber noch sagen, dass er bitte auch diese Texturdatei laden soll. Wir müssen erstmal noch nichts weiter hiermit machen. Wir müssen das noch nicht irgendwie in ein DDS-Format bringen oder so. DCS kann .BMP-Dateien lesen. Aber wir müssen DCS sagen, lad bitte diese Texturdatei. Dazu brauchen wir eine sogenannte Description-Lure. Die braucht jede Livery und ich bin faul. Deshalb kopiere ich mir jetzt einfach eine. Und nehme jetzt absichtlich auch die von der Default-Livery, weil da vermutlich die wenigsten Namen von Texturen irgendwie geändert wurden. Die kopiere ich mir einfach mit hier rein. Und mache diese Datei jetzt mit einem Texteditor meiner Wahl auf. In meinem Fall ist das Notepad++. Macht das bitte nicht mit Word oder WordPad, denn das bringt eine ganz komische Formatierung da rein und wird die Datei eher zerstören. Ihr möchtet das also mit dem ganz normalen Windows-Notepad oder mit Notepad++ aufmachen. In dieser Datei finden sich alle Definitionen der Texturdateien, sogar teilweise mehrfach. Hier kann man... Ja, was können wir hier machen? Wo fange ich hier am besten an? Ich habe ja vorhin gesagt, so eine Textur ist eigentlich ein plattes 3D-Modell. Jeder Pixel auf der Textur wird auf einen bestimmten Punkt auf dem 3D-Modell quasi gemappt. Und man kann, wenn man so ein 3D-Modell erstellt, diesem 3D-Modell verschiedene Bereiche, verschiedene Namen geben. Wir sehen hier oben zum Beispiel F18C1 und F18C2. Die werden genau auf diese zwei Texturfiles gemappt, die wir in der Vorlage gefunden haben. Das sind im Moment die mit Abstand interessantesten. Hier drunter kommt dann jede Menge mit Bordnummern. Da gibt es verschiedene Positionen auf dem 3D-Modell, wo Bordnummern dargestellt werden. Nämlich eine ganze Menge. Der Rest der Datei besteht eigentlich nur noch daraus. Und ganz unten kommen noch Namen und Länder, denen ich diese Textur zuweisen kann. Hier kann ich nämlich zum Beispiel einschränken, dass nur die USA diese Textur verwenden können. Einen russischen Namen brauche ich nicht. Und mein Ding nenne ich, wie auch immer ich das nenne. Ich kann dem auch erstmal irgendeinen Platzhalternamen geben. Und Order brauche ich nicht. Schon habe ich das aufgesetzt. Aber ich muss noch den Namen anpassen. Hier, das sind die Dateinamen. Hier heißt es F18C-1-Div-Default. Und unsere Dateien haben alle dieses Unterstrich-Default nicht. Von daher suche ich da jetzt mal nach und ersetze das mal einfach mit nichts. Und das in allen Vorkommnissen. Und schon habe ich überall die Dateinamen angeglichen. Jetzt muss ich eigentlich nur noch an den korrekten Stellen diesen False oder True-Parameter verwenden. Jetzt wird es einmal kurz kompliziert. Also so ein bisschen. False heißt, DCS sucht in genau dem Verzeichnis, in dem diese Description-Dua liegt, nach einer Datei, die so heißt. Und wendet diese Texturdatei auf dieses, ja auf dieses in Anführungsstrichen Teil 3D-Modell an. Was der Ersteller des 3D-Modells so festgelegt hat. Hier drauf haben wir keinen Einfluss. True heißt, diese Texturdatei liegt an irgendeiner anderen Stelle. Man kann nämlich zum Beispiel, wenn man selber ein Mod schreibt, so einen kompletten, vollen, richtigen Mod, kann man nämlich auch Texturpfade zusätzlich mit angeben, in denen DCS suchen soll. Das kann ganz angenehm sein, sprengt aber ein bisschen den Rahmen. Von daher möchte ich bei allen Texturen, die ich selbst bearbeite, sicherstellen, dass der Parameter hier auf False steht. Und da ich gerade von der Default-Textur abgesprungen bin, ist es hier eigentlich schon vollkommen richtig. Ich nehme mal jeweils, diese Textur steht auf False, diese Textur steht auf False und die Roughmates, um die kümmern wir uns noch, die stehen auf True, die liegen irgendwo anders. Da nehmen wir erstmal die Default-Roughmates, genau wie bei den Bordnummern hier unten, da nehmen wir auch erstmal die Default-Files. Von daher passt das so. Wir werden gleich aber nur einen zur Hälfte texturierten Jet sehen, denn ich habe bis jetzt nur diese Datei bearbeitet und die nicht. Aber das ist nicht schlimm. Dann kann ich euch das nochmal verdeutlichen. Ich speichere diese Datei und jetzt möchte ich sie in Engine sehen. Die einfachste Möglichkeit wäre, wenn ich jetzt einfach DCS starte. Das ist aber schwierig, weil wenn ich zwischendurch in Photoshop rumfummele, die Textur neu abspeichere, dann muss ich DCS nämlich einmal komplett neu starten. Und das dauert total lange, wenn man öfter zwischendrin mal speichert. Aber um den Vorführeffekt willens, mache ich das jetzt einfach quasi genau einmal und zeige euch gleich eine angenehmere Art mit dem Model-Viewer. Genau wie prophezeit sehen wir einen zur Hälfte texturierten Jet. Denn wir haben DCS gesagt, die Datei FH18C1Div, die liegt im gleichen Verzeichnis wie die Description-Lure. Nee, liegt sie nicht. DCS liest keine .psd-Dateien aus. Wenn ich jetzt die FH18C1Div nochmal als BMP speichern würde, dann würde DCS das auch finden. Finde ich gerade aber im Entwicklungsprozess gar nicht schlimm. Die Datei werde ich sowieso noch bearbeiten, aber mir geht es mehr um den Teil hier hinten, den ich hier drauf geflanscht habe. Wie der schon so aussieht, damit ich den eventuell ja weiter bearbeiten kann. Ich glaube zum Beispiel, ich möchte die... Oh, flackert euer Bild gerade? Ich glaube, das liegt an der Bildschirmaufnahme. So flackern mal eben behoben. Wo war ich stehen geblieben? Genau, denn ich möchte zum Beispiel hier diese Streben hier oben, die würde ich auch noch ganz gerne blau machen. Also jetzt geht so ein bisschen die Detailarbeit los und natürlich muss ich den restlichen Jet auch noch irgendwie anpassen. Das ist jetzt ein relativ langwieriger Prozess. Vor allem, wenn ich jetzt immer wieder, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn ich immer wieder in Photoshop-Datei speichern. Und dann muss ich leider nämlich DCS immer komplett neu aufmachen. Und das frisst einfach super viel Zeit. Das frisst so viel Zeit, dass ich da gar keine Lust drauf habe. Deshalb bedienen wir uns jetzt eines kleinen Tools. Bei euch liegt nämlich auch im Installationsverzeichnis, im BIN-Verzeichnis. Also ganz da, wo ihr DCS hin installiert habt, im Ordner BIN, gibt es eine Datei, die heißt ModelViewer 2.exe. Die könnt ihr einfach mal starten. Und ihr werdet mit einer leeren Szene begrüßt. Das hier ist im Prinzip die DCS-Grafik-Engine. Nur haben wir noch kein Modell geladen. Wir möchten ein Modell laden. Das mache ich jetzt. Und, oh, Wunder, der richtige Ordner ist schon auf, weil ich habe vor kurzem erst einen FH-18-Skin gemacht. Ihr möchtet das Shape-File. Das ist quasi das 3D-Modell für euer Luftfahrzeug finden. Im Normalfall findet ihr das im Installationsverzeichnis unter Core-Mods, Aircraft, euer Flugzeug und dann Shapes. Wir können ja hier spaßeshalber mal reingucken, IOT S37, Shapes. Das hier wäre zum Beispiel die Wingen. Wenn ich jetzt hier auf Open drücke, ja, dann lädt der mir halt die Wingen rein. Das möchte ich aber gerade gar nicht, habe keinen Skin für die Wingen gemacht. Warum auch immer ich jetzt die Wingen geladen habe, ne? Ich möchte die FH-18 laden. Und schon sehe ich meine FH-18 mit linker Maustaste gedrückt halten und ziehen, kann ich so bewegen. Mit rechter Maustaste gedrückt halten und ziehen zoome ich. Und mit mittlerer Maustaste gedrückt halten und ziehen, kann ich die Kamera so verschieben. Und da kann man sich so ein bisschen, ja, die Ansicht zurechtsuchen. Mausrad rein, raus, funktioniert auch. Um meine Textur zu laden, muss ich nichts weiter tun. Wenn ich mein Arbeitsverzeichnis, beziehungsweise meine Livery im Installationsverzeichnis habe, ist die nicht im Installationsverzeichnis, dann müsst ihr einmal auf Tools, Mount Textures, einen Folder oder einen Zip mounten. Damit gebt ihr DCS quasi einen zusätzlichen Ordner oder ein zusätzliches Zip, in dem DCS nach Texturdateien sucht. Ich habe das im Installationsverzeichnis, da sucht DCS sowieso. Von daher kann ich jetzt das Liverys-Tool aufmachen. Dann geht ein kleines Fenster auf. Ich weiß nur noch nicht genau, auf welchem Monitor oder wo. Fenster gefunden, hatte sich hinter einem anderen Fenster versteckt. Das ist das Liverys-Tool. Hier müsst ihr auf der linken Seite erstmal euer Modell auswählen. Hier ist zum Beispiel schon die A10C mit allen verfügbaren Liverys, die DCS so gefunden hat. Und Achtung, DCS durchsucht nicht automatisch euer gespeicherte Spieleverzeichnis. Das ist noch ein Grund, mehr ein Arbeitsverzeichnis im Installationsverzeichnis aufzubauen. Und ich möchte die FA18C. Vorsicht, es gibt zwei FA18s. Es gibt hier oben einmal die FA18A und C. Das sind diese beiden älteren KI-Modelle. Ich möchte die FA18C Hornet. Und hier sollte es meinen Skin auch drin geben. V-Jarborg 66 Colorbird. Dann einfach einmal auf Load Livery. Und er lädt meine Livery. Das Fenster kann ich jetzt eigentlich erstmal wieder zumachen. Das Schöne ist, wenn ich jetzt Anpassungen da dran vornehme. Das kann ich hier mal eben in Photoshop machen. Ich mache jetzt mal ganz exemplarisch. Damit wir das nur einmal wirklich exemplarisch sehen, mache ich hier einfach einmal einen roten Strich quer, quer drüber. Na, komm schon. Einfach hier einmal einen roten Strich quer drüber gepinselt, damit wir eindeutig diese Anpassungen sehen. Und ich speichere das jetzt wieder als Bitmap-File. Nein, nicht als Kopie. Der will das immer direkt als Kopie speichern. Das hat Photoshop mit irgendeinem Update umgestellt. Und diese Datei möchte ich überschreiben. Ja, okay. Photoshop hat gespeichert. Wenn ich jetzt hier auf Tools, Reload Textures gehe, lädt der mir nämlich direkt die Textur wieder rein. Ich muss nicht jedes Mal DCS starten und ewig lange warten, bis DCS geladen ist, Emissionen, CD-Torgenen und so weiter. Hier habe ich eine wesentlich kürzere, ja, Turnaround-Time, möchte ich fast sagen. Also hier komme ich wesentlich schneller vom Speichern zur Ansicht des Ergebnisses. Das heißt, ich kann dementsprechend jetzt weiterarbeiten, kann mir den Model Viewer auf den zweiten Bildschirm legen, kann in Photoshop arbeiten, speichern und den Model Viewer immer einfach die Texturen einmal reloaden. Hier oben über Tools, Reload Textures. Das ist eigentlich schon so im Prinzip alles, was man zum Model Viewer braucht, um guten Skin zu machen. Und genau diese Schritte mache ich jetzt einfach immer und immer wieder. Photoshop, Änderungen speichern, Model Viewer, Photoshop speichern, Model Viewer, Photoshop speichern, Model Viewer. Ihr versteht das Prinzip. Lasst eure Kreativität hier einfach freien Lauf. Ich bin bei den Board Numbers angekommen und das ist der passende Moment für uns, dass wir uns mal über den Alpha-Kanal unterhalten können, denn der wird Stand jetzt wichtig. Wenn ich diese Datei einfach nehme und im Bitmap-Format speichere, genauso wie ich das schon die ganze Zeit mit den restlichen Texturen gemacht habe, dann werde ich gleich merken, dass das echt gar nicht so gut aussieht. In vorauseilendem Gehorsam habe ich schon die Description Lua angepasst und dem hier schon den richtigen Dateinamen gegeben für den Deckel, 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 wie auch immer, der Board Numbers und das hier auch schon auf Fals gestellt, denn das liegt da jetzt zusammen in dem Verzeichnis, in dem auch die Description Lua liegt. Der Begriff Deckel oder Deckel gibt es eigentlich schon so ein bisschen her, dass die Board Numbers, das ist nun Textur, die auf der eigentlichen Textur drauf liegt. Denn wir wissen, wir können im Missionseditor diese Nummern an der Seite vom Flugzeug verändern. Da können wir die Nummer eingeben und dann ändert sich die auch auf dem Flugzeug. Wo diese Nummer genau sitzt, das ist im Prinzip wieder Sache des 3D-Modells und dafür gibt es hier diverseste Einträge. Einen auf der linken Seite der Nase für die 100er Stelle, einen für die 10er Stelle, einen für die 1er Stelle. Das ist aber sehr Hornet speziell. Andere Modelle machen das durchaus anders. Hier ist noch die rechte Seite der Nase, hier ist der linke Flügel bzw. die linke Klappe, die rechte Klappe und hier wäre links und rechts jeweils die Nummer oben auf dem Step. Die habe ich allerdings auf Empty gesetzt. Empty ist eine Datei, die gibt es nicht. Und der Name ist sehr sprechend, denn die möchte ich einfach nicht sehen. Da habe ich nämlich jetzt was anderes fest auf den Skin geschrieben. Wenn ich die Datei jetzt im Model Viewer lade und hier sehen wir übrigens exemplarisch so ziemlich alle zur Verfügung stehenden Stellen für diese Board Numbers. Hier zweimal auf der Nase, einmal hier unten drauf, hier hinten am Tail noch mehrmals und hier auch auf den Flügelchen und sogar hier hinten nochmal. Aber wenn ich meinen Skin jetzt lade mit dem Board Number Pfeil, den ihr gerade in Photoshop gesehen habt, dann, wo ist meine F18? Da ist meine F18. Dann werden wir sehen, dass das ziemlich uncool aussieht, denn ihr seht diesen grauen Rand da drumherum. Das sieht echt nicht schön aus. Woran liegt das? Naja, dieser graue Rand, das ist Teil der Textur. Hier ist ja alles grau drumherum. Und da kommt der Alpha-Kanal mit ins Spiel. Alpha meint hier nicht den Anstellwinkel. Das ist ja die übliche Bezeichnung normalerweise in der Simulation, in DCS. Nein, im Umfeld der Grafikbearbeitung meint man mit Alpha immer die Transparenz. Wir werden also hier jetzt mal eben einen zusätzlichen Kanal mit reinbringen, der einfach Angaben über die Transparenz enthält. Und das geht zumindest in Photoshop relativ einfach. Ich will jetzt nicht hier Photoshop erklären, von daher spare ich mir das auch. Aber was ihr wissen müsst, wenn ihr mit Photoshop arbeitet, ihr könnt eine Auswahl, also das, was ihr nicht transparent haben möchtet, selektiert ihr irgendwie als Auswahl und fügt dann unter Kanäle einfach hier, gibt es dann ein Tooltip, Auswahl als Kanal, speichern heißt der Tooltip, einfach hinzufügen, schon habt ihr einen Alpha-Kanal. Mehr müsst ihr gar nicht tun. Wie das in GIMP geht, da muss ich leider passen. Ich habe keinerlei Ahnung von GIMP. Im Zweifelsfall könnt ihr aber diesen Alpha-Kanal, also das ist eigentlich fast schon nur eine Komfortfunktion von Photoshop, ihr könnt auch einfach ein separates Schwarz-Weiß-Bild erstellen, der Alpha-Kanal sieht schlicht und einfach so aus. Hier sind die Informationen in dem Kanal ganz simpel, Schwarz ist transparent, Weiß ist nicht transparent. Und ihr könnt auch mit Graustufen arbeiten, also wenn ihr ein 50%iges Grau nehmt und rumpinselt, dann ist es halbtransparent. Damit kann man ziemlich coole Sachen machen. Im Falle der Bordnahmes zum Beispiel, muss ich das jetzt tun. Bei den restlichen Skinner-Teilen musste ich das nicht tun, weil das ist ja die Basis, das ist ja der Basisanstrich für das Modell. Wenn man anfängt, sowas wie Helme von Piloten oder sowas zu bearbeiten oder die Patches, die die Piloten irgendwie auf den Schultern haben, da kann ein Alpha-Kanal auch sehr viele Wunder vollbringen. Also ich könnte das jetzt auch als separates Bild abspeichern, denn in dem Programm, in das wir jetzt gleich gehen, in DXT-BMP, könnte ich dieses Bild wieder laden, brauche ich in dem Fall aber gar nicht, weil ich das in Photoshop schlicht und einfach wieder als normales Bitmap speicher und Photoshop merkt selber, dass da ein Alpha-Kanal drin ist und setzt das direkt auf 32 Bit. Wenn ihr das als 32 Bit Bitmap speichert, dann ist der Alpha-Kanal, wenn denn einer vorhanden ist, auch direkt mit drin. Im Normalfall wird das als 24 Bit Bitmap gespeichert. Das bringt mir in Bitmap-Form aber noch gar nicht viel, denn DCS kann diese 32 Bit Bitmap schlicht und einfach nicht lesen. Von daher muss ich das jetzt umwandeln in DDS-Format und dann machen wir, glaube ich, jetzt mal den ganzen Abschnitt der Umwandlung ins DDS-Format, denn das solltet ihr prinzipiell mit jeder Textur tun. Einerseits ist der Alpha-Kanal damit drin und andererseits, ganz simpel, spart ihr schlicht und einfach Ressourcen, denn die DDS-Dateien sind grundsätzlich kleiner. Die BMP-Datei, die ich gerade gespeichert habe, ich habe die auf dem zweiten Bildschirm, habe ich in Explorer offen, muss ich jetzt nicht extra zeigen. Die BMP-Datei ist zum Beispiel 2 MB groß und wenn ich DXT-BMP nehme, so heißt dieses kleine, aber feine Programm, was auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr geupdatet wurde, weil es einfach funktioniert, mehr oder weniger, und ich hoffe, es funktioniert mit Windows 11 immer noch. Wenn ich dieses Programm nehme, kann ich dieses BMP-File einfach nehmen und hier einfach reinziehen, also mit der Maus gedrückt halten, reinziehen. Der lädt das, der erkennt, dass das ist ein 32 Bit Bitmap und hat hier oben den Alpha-Kanal direkt mit drin. Habt ihr diesen Luxus, nicht das als 32 Bit Bitmap mit Alpha-Kanal speichern zu können, sondern ihr müsst euren eigenen Alpha-Kanal in einer eigenen Datei machen, als Schwarz-Weiß-Datei, könnt ihr hier über diesen Knopf einfach einen Alpha-Kanal importieren, also eine Bilddatei möglichst mit den gleichen Abmessungen, die halt an den Stellen schwarz ist, an denen das transparent sein soll. Und das ganze Ding speichere ich jetzt einfach als DDS-Textur und zwar als DXT 5. Was ist der Unterschied zwischen den DXT-Varianten, also DXT 1, 3 und 5? Das ist relativ einfach erklärt. Ihr möchtet DXT 1 No Alpha nehmen, wenn ihr eine Textur habt, die keinen Alpha-Kanal hat, also in der der gesamte Alpha-Kanal weiß ist und die dementsprechend keine Transparenz benötigt, mehr oder weniger. Das spart einfach Speicherplatz. Die Textur wird damit nämlich quasi nur noch halb so groß, da keine Transparenzinformationen gespeichert werden müssen. DXT 3 und 5 speichern Transparenzinformationen mit und ja, es ist eigentlich gar nicht so relevant, was ihr nehmt. Eigentlich möchtet ihr DXT 3 nehmen, wenn ihr im Alpha-Kanal harte Übergänge zwischen Transparenzen habt und DXT 5, wenn ihr Transparenzen mit eher weichen Übergängen habt, so verlaufsmäßig. Einmal speichern und schon. Bin ich fertig. Jetzt lösche ich das Bitmap-File wieder im gleichen Ordner, weil ich weiß gar nicht, was DCS dann nimmt. Ich weiß gar nicht, wenn zwei Dateien mit gleichem Namen, aber unterschiedlicher Endung da drin liegen. Ich weiß gar nicht, was DCS dann nimmt, weil hier habe ich ja nur nur Boardnumber angegeben, ohne Dateiendung. Ah, das wird spannend. Okay, die DXT BMP brauche ich eigentlich nicht mehr. Ich lasse es mir aber offen, weil ich werde da mit Sicherheit gleich noch ein bisschen drin rum vorwerken. Ich lösche jetzt die BMP-Datei und jetzt muss ich einmal den Model Viewer komplett neu starten, weil diese Änderung kriegt er jetzt nicht mit. Die BMP-Datei habe ich gerade gelöscht und er meckert hier cannot open file .bmp from file system. Also er sucht jetzt nicht automatisch nach einer DDS-Datei, die wird er aber finden, wenn ich den jetzt einmal eben neu starte. So, mal fix neu gestartet, Livery's Tool wieder auf und wo ist meine Hornet? Da ist meine Hornet. Load Livery und das sieht doch schon besser aus. Wir sehen, da ist jetzt auf einmal Transparenz, nämlich genau da, wo im Alpha-Kanal schwarz war. Der Rest ist weiß. Also das ist schlicht und einfach schlicht und einfach im Alpha-Kanal noch einer der Vorteile von DDS-Texturen. Ich habe gerade gesagt, die Bitmap war 2 MB groß, die DDS-Textur ist nur noch 682 KB groß, also weniger als die Hälfte. Neben DXT-BMP gibt es aber auch noch ein Plugin direkt für Photoshop. Ein Download zu DXT-BMP ist in der Videobeschreibung und ein Download zu dem Photoshop-Plugin auch. Das Plugin kommt direkt von NVIDIA und eigentlich habe ich das die letzten Jahre gemieden, wie ich normalerweise es vermeide, vor die Tür zu treten, denn das war immer super instabil und hat so hinten und vorne so gar nicht funktioniert bei mir. Ich habe es jetzt quasi nur für dieses Video nochmal wieder ausprobiert und bin erstaunt, dass das mittlerweile doch recht gut funktioniert. Ich habe hier direkt DDS-Dateien geöffnet, das funktioniert und wenn ich hier zum Beispiel Speichern untersage, dann kriege ich auch die .dds-Datei zum Speichern angeboten. Wenn ich hier auf Speichern drücke, ja, ich möchte das mal ersetzen, dann gibt es einen kleinen neuen Speicherdialog, in dem ich hier viele Sachen einstellen kann, sehr viele Sachen. Das Tool hier richtet sich halt an Profis, das Tool hier richtet sich an 2D-Artists, die damit quasi ihr Geld verdienen und die auch all diese kleinen Einstellungen hoffentlich verstehen. Die drei DXT-Varianten, die wir gerade schon in DXT-BMP gesehen haben, DXT-135, die verstecken sich in dem Plugin hier oben und zwar nicht unter dem Namen DXT, den werden wir hier vergeblich suchen, nee, sondern unter den BC-Namen. Da kann man es schon, ja, da kann man schon einen Tooltip lesen. Also BC1 steht auch dahinter, no Alpha ist das Äquivalent zu DXT1, BC2 ist DXT2 oder 3 und BC3 ist DXT4 oder 5, wobei es hier jetzt auch noch mehr Formate gibt, die, glaube ich, kein DXT-Äquivalent mehr haben und die auch DXT-BMP nicht mehr lesen kann. Aber im Normalfall, wenn ihr einen Alpha-Kanal habt, möchtet ihr wahrscheinlich BC7 nehmen und wenn ihr keinen Alpha-Kanal habt, möchtet ihr wahrscheinlich BC1 nehmen. So viel dazu. Dann können wir eigentlich einen nahtlosen Übergang machen zu den beiden noch verbleibenden Themen, Roughmaps und Normalmaps. Das sind beides, ich sag mal, fortgeschrittenere Themen, die uns Wege aufzeigen, mit Licht zu interagieren, in der 3D-Engine mit Licht zu interagieren, ohne dass wir das 3D-Modell bearbeiten müssen. Das sind eigentlich sehr geschickte Wege, die Normalmaps werdet ihr im Normalfall eher nicht anfassen, behaupte ich jetzt mal. Roughmaps vielleicht schon eher, lasst uns mit denen anfangen. Das hier sind nämlich Roughmaps, und zwar genau von der F18. Roughmaps geben dem 3D-Modell, ja mehr oder weniger, physikalische Material-Eigenschaften mit. Physikalische Material-Eigenschaften heißt so viel wie, ich kann mit den Roughmaps steuern, wie glänzend oder wie rau so ein Material sein soll. Das ist also wirklich ein Weg, mit Lichtbrechungen rumzuspielen und mit der Engine so ein bisschen zu interagieren. Die Roughmat-Texturen, das sind ganz normale Texturdateien, die decken sich natürlich mit den normalen Diffuse-Texturen. Also wir sehen hier oben die relativ prominenten Leading-Edge-Extensions der F18. Die spiegeln sich ja auch so ein bisschen in der Form in den Roughmaps wieder, aber wir sehen zum Beispiel das Schwarze, den Schwarzanteil dieser Lecks hier nicht so wirklich drauf. Müssen wir auch gar nicht beziehungsweise, ja, vielleicht könnten wir damit sogar ein bisschen rumspielen, um die zum Beispiel weniger glänzig zu machen, wenn wir das denn machen wollen würden. Ich persönlich habe für meinen Skin, den ich gebaut habe, die Roughmaps nicht angepasst, aber ich nutze jetzt einfach die Hornet, um, dass wir uns das kurz erklären, dass ich euch das kurz erklären kann und wir das so ein bisschen als Ausblick nutzen. Also es wird jetzt keine vollumfängliche Erklärung, sondern eher nur so eine Einleitung in das Thema, dass ihr überhaupt wisst, dass es sowas gibt. Roughmaps funktionieren ein bisschen anders als normale Texturen. Das hier ist eine normale Textur, dass diese Textur gibt, ja, diese Textur hält quasi Farbinformationen. Diese Textur sagt, ich möchte gerne hier oben an dieser Stelle hätte ich gerne so einen Bereich Schwarz und der Großteil soll grau sein und so weiter. Also hier stecken nur Farbinformationen drin und zwar jeweils in den drei Kanälen Rot, Grün und Blau. RGB, das sind so die drei Basisfarben und wenn ein Pixel zu 100% aus Rot, Grün und Blau besteht, dann ist er weiß. Besteht er zu 0% aus Rot, Grün und Blau, dann ist er schwarz und dann halt kann man dazwischen halt mit diesen drei Werten variieren und wir können uns auch zumindest in Photoshop die unterschiedlichen RGB-Kanäle angucken. Ich kann jetzt zum Beispiel einfach mal den roten und den grünen Kanal deaktivieren, dann kriege ich nur noch Blau, also den Blauwert des jeweiligen Pixels in schwarz und weiß oder den grün Wert oder den Rotwert, was hier relativ unspannend ist. Diese drei Kanäle kann ich aber natürlich nutzen, um andere Informationen als die Farbe zu transportieren und genau das machen Roughmats. Deshalb sehen die auch so komisch aus, so orange und grün und lila. Hier stecken einfach in diesen RGB-Kanälen viel, viel andere Informationen. Der Blau-Kanal zum Beispiel ist größtenteils schwarz, aber an einigen Stellen knallweiß. Gucken wir uns an, was die einzelnen Kanäle heißen. Also bei den Roughmats bearbeite ich nicht mehr den, nicht mehr das Bild komplett so, sondern ich bearbeite nur noch einzelne Kanäle. Der Rot-Kanal, der transportiert etwas, das nennt sich Ambient Occlusion. Dieses Ambient Occlusion, das gibt quasi an, wie stark ein Teil vom Rest der Umgebung verdeckt ist. Früher hat man da Schatten quasi in die Textur reingebacken. Das sieht man zum Beispiel bei den alten A10-Skins, den hab ich mal aufgemacht. Hier sind zum Beispiel Baked Shadows drin. Also nicht diese dunklen Stellen hier, das ist Dirt, den machen wir mal weg. Aber hier sind noch, hier gibt's noch einen Layer, der heißt Baked Shadows. Das sind in die Textur eingebackene Schatten. Das hat man früher so gemacht, diese Technik ist aber mittlerweile überholt. Mittlerweile wandert diese Information in das Rough Matte rein, als Ambient Occlusion. Wir sehen hier zum Beispiel, wenn wir das mal kurz mit der normalen Textur vergleichen, dann sehen wir zum Beispiel hier unten die Unterseite der Hornet, den Mauszeiger kann man ja gar nicht sehen, den kann man besser sehen, die Unterseite der Hornet. Hier hinten wären die Triebwerkauslässe hier links ist vorne und das ist halt die dreckige Unterseite. Aber das ist ja extrem platt. Hier steckt keine geometrische Information drin, das ist ja einfach nur Farbe, wir sehen hier keine Tiefe. Im Rough Matte sehen wir aber, hier sind Schatten eingebacken. Hier sehen wir zum Beispiel, wie die Triebwerkauslässe sich nach hinten öffnen, hier sind ein paar Schatten für den Fanghaken und so weiter und so fort. Also Rotkanal ist Ambient Occlusion. Grünkanal gibt die die Rauheit der Oberfläche an, die Roughness. Je mehr Schwarz im Grünkanal steckt, desto desto mehr polished ist die Oberfläche, desto mehr gibt es scharfe Reflektionen und das Licht wird weniger gestreut. Je weißer die Oberfläche ist, desto mehr wird das Licht gestreut und desto matter wird dieses wird dieser Teil des 3D-Modells quasi erscheinen und die Reflektionen werden ein bisschen unschärfer. Hier lässt sich zum Beispiel relativ gut sehen, dass der ganze Body der F18, der ist verhältnismäßig dunkel, also verhältnismäßig smooth sozusagen, also schon relativ glänzig. Und dann gibt es noch den Blaukanal. Der Blaukanal gibt Aufschluss über die metallischen Eigenschaften, möchte ich fast sagen, steuert also, wie viel Licht absorbiert wird und wie viel Licht reflektiert wird. Je schwärzer es ist, desto mehr Licht wird absorbiert und desto weniger wird reflektiert. Je weißer es ist, desto mehr wird reflektiert und desto weniger wird absorbiert. Wir sehen zum Beispiel diese großen weißen Flächen hier. Das sind hinten die Nozzles der F8s. Wenn wir uns das in der normalen Textur angucken, ist es dieser Bereich hier. Das sind hinten die Triebwerk Nozzles. Die sind schon relativ glänzig im Rough Mad. So kann ich also mit diesen drei Kanälen RGB kann ich physikalische Materialeigenschaften steuern und zum Beispiel auch könnte ich so ein Full Metal Skin könnte ich mit den Rough Mads machen. Es gibt im Internet sehr viele Quellen dafür, welchen Schwarz-Weiß-Wert man dem jeweiligen Kanal irgendwie zuordnen sollte für eine bestimmte Materialeigenschaft. Es gibt auch gute freie Ressourcen. Ich verlinke euch einfach mal von Adobe einen zweiteiligen Guide zu den Rough Mads, ein PBR Guide. Das ist nämlich Teil des PBR, des Physical Based Renderings. Ist unten in der Videobeschreibung. Und dann bleiben zu guter Letzt noch die Normal Maps. Die braucht man eigentlich im Normalfall eher nicht. Was machen die Normal Maps? Die Normal Maps steuern, in welche Richtung Licht reflektiert wird. Ein Normal Map sieht zum Beispiel so aus. Sieht erstmal relativ komisch aus, aber auch hier verstecken sich wieder Informationen in den drei Kanälen. Am besten zeige ich das einmal kurz in einem praktischen Beispiel. Wir gucken uns mal die A10C Textur an und achten mal auf den Bereich hier unten an der Nase. Das hier ist der Tank Einlass für die A10. Das hier ist vorne an der Nase und wir sehen hier sind zwei weiße Streifen und ein paar Krätzerchen, aber ansonsten auch nicht viel mehr. Wenn wir uns das im Model Viewer angucken, das ist das alte A10 Modell, das ist das A10C 1 Modell quasi, nicht das A10C 2 Modell, dann sehen wir, hier an der Nasenspitze ist wirklich nichts. Sieht aus wie eine normale Textur. Wenn wir das hier bewegen, das ist eine glatte Oberfläche. Mit dem Slider rechts könnt ihr den Sonnenwinkel im Model Viewer steuern. Wir sehen, hier ist eine glatte Textur. Und was wir auch noch sehen, da können wir mal auf diese Nut hier achten, diese Übergänge zwischen den Flächen. Wir sehen, hier ist zum Beispiel gerade links hell und rechts dunkel. Wenn ich den Sonnenwinkel verändere, verändert sich das aber nicht. In der Wahrnehmung verändert sich der 3D-Effekt. Die Sonne kommt gerade von rechts, das Licht kommt von rechts und hier wird diese Fläche angestrahlt. Das heißt, mein Kopf denkt, diese Nut geht gerade nach innen. Wenn ich die Sonne jetzt aber auf die andere Seite lege, sieht das jetzt so aus, als würde die Nut nach außen gehen, weil jetzt ist auf einmal links hell und rechts dunkel. Also hier, das ist einfach hart, die Textur. Wenn wir uns im Gegensatz dazu aber das A10C2 Modell angucken, da wird das Ganze nämlich ein bisschen geändert und da kommen auf einmal die Normal Maps mit rein. Wenn wir uns hier wieder die verbeult und wir sehen auch, komm, lass mich da ein bisschen näher ran und wir sehen auch bei dieser Nut, die Sonne kommt von links, hier ist gerade die linke Seite schwarz, die rechte Seite hell und das unterstützt in meinem Kopf gerade den Eindruck, dass hier ein bisschen was reingeht und wieder raus und wieder rein und wenn ich den Sonnenwinkel aber ändere, dann ändert sich auch die Schattierung, es ändert sich die Richtung, in der das Licht reflektiert wird, sodass der Eindruck stimmig bleibt und wir sehen auch unten bei den Beulen hier, dass das Licht ganz anders reflektiert wird, das sind Normal Maps, denn in der Textur, das ist hier gar nichts. In der Normal Map hingegen sehen wir hier unten genau diese Beulen. Normal Maps sind also quasi die Illusion eines Tiefeneffekts ist, es ändert die Art, wie das Licht vom 3D Modell reflektiert wird, so mehr oder weniger, das ist wie eine 3D Brille für Texturen. Je stärker das Rot und Grün hier ist, desto stärker ist der Tiefeneffekt. Die Normale, daher kommt der Name, die Normale ist der Vektor, der senkrecht aus einem Pixel rauskommt und was ich hier mit Licht steuert. Das nur als kleinen Ausblick, viel tiefer möchte ich da gar nicht mehr reingehen, denn im Normalfall für eine ganz normale Livery passt man nicht die Normal Maps an. Ich packe euch einen Link zu einem Video in die Videobeschreibung, das Normal Maps wirklich, wirklich gut und anschaulich erklärt. Ganz zum Schluss, wenn der Skin fertig ist, dann müssen wir unser Arbeitsverzeichnis einmal aufräumen. Ich habe in der Zwischenzeit noch einen zweiten Skin für die Hornet gebaut mit drei Arbeitsverzeichnissen und die sollen ja nicht im Installationsverzeichnis liegen bleiben, das hatten wir ja ganz am Anfang schon. Deshalb möchte ich diese Ordner in meinen gespeicherten Spieleordner verschieben. Das heißt, ich nehme mir diese drei Ordner und habe schon lange einen Rechtsklick gemacht und frage mich, warum das Kontextmenü so lange braucht, um aufzugehen. Ich schneide diese drei Ordner aus und gehe in den folgenden Ordner auf Laufwerk C Benutzer Euer Benutzername Hi, ich bin Basti Dann der Ordner Gespeicherte Spiele DCS oder DCS Open Beta je nachdem wo ihr es hinhaben wollt Ordner Liverys und dann der Modulname und da füge ich diese drei Ordner einfach ein. Der Ordner für dieses also dieser Ordnername der dem Modul entspricht den könnt ihr euch aus dem Installationsverzeichnis klauen das ist Liverys und dann der Modulname da möchtet ihr eure Skins eigentlich hinhaben und damit sind wir auch am Ende angelangt ich habe uns drei Skins für unser Geschwader für die Horn gebaut und bei einem Skin davon habe ich euch mitgenommen quasi ein Making of unseres Commander Air Group Birds und ich hoffe ich konnte euch zeigen wie ihr eine Livery in DCS selbst baut und reinschraubt viel Spaß damit eure eigenen Jets und sonstigen Luftfahrzeuge anzupinseln wir sehen uns beim nächsten Mal bis dann sehen uns beim nächsten Mal Sagen Sagen